Ja, Freunde Ja, Freunde, ne? Take me into the love Freunde, ne ganz kurze Sache am Rande Aber wirklich nur am Rande Jetzt gerade ist das Video online gekommen Jetzt gerade, schaut euch an Jetzt um 20 Uhr sind wir live auf Twitch Es geht um die... FIFA Freunde, heute um 20 Uhr, falls du das Video sehst Kommt alle rein auf Twitch Jordan-Sammy, ich will euch alle sehen Ihr wisst Bescheid, der Erste, der reinkommt Der kriegt 10 Euro von Sammy Deswegen, ich will auch nicht viel labern Viel Spaß beim Video Nein, nein, ich will viel labern, denn ich gewinne FC Jordan-Stern Was geht ab? Wir feuern die ganze Nacht Ey, was geht ab, Freunde? Und somit herzlich willkommen, Damen und Herren Everybody's got back Das geht ab, die Kass Ey, 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 ey Aber Freunde, erstmal danke An alle, die gerade hier reinkommen auf Twitch Wir waren leider für zwei Tage krank Aber wir sind wieder da Deswegen würde es mich freuen, wenn wir einmal Wenn wir jetzt richtig Party machen So, erstmal, Romis, fangen wir heute an Hör mal nicht, wir spielen heute Fußball Tischtennis Dreh, dreh, dreh Wieso ich das denn mache? So, los und die linken Kurven da, Junge, ja Stark, Alter Erstmal Junge Ha, 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 ha Amsat von Ludo Ey, ich... Was brauchen wir denn noch, Tika? Dreh! Fahr den Grabber! Was brauchen wir denn noch für Fußball-Tennis? Ha, ha! Ne Bohnenkugel natürlich, ne? Alter Hey, hey, hey! Hilf, hilf! Hilf, hilf! Kommt nichts Bitte, ja? Ich bin einfach nur ein Bandy von dir Boah, Freunde, ihr kennt das Prinzip Drei Matches, wer die meisten Matches gewinnt hat, gewonnen hat Für die Lippe bekommt eine schöne Bestrafung Und deswegen würde ich sagen Guck mal Nein, passt nichts an, bitte Tischtennis geht ja bis elf, wir spielen auch bis elf Ganz easy, ganz klar Ja, Bruder, hättest du mir gern keinen Platz gegeben Ich schaub, alles wäre besser für Karpkost Schlichtschlag-Schnuck, ey, schlichtschlag-Schnuck Was ist das? Schlichtschlag-Schnuck Ja, Bruder, schlichtschlag-Schnuck Ich kenn deine Tricks, Bruder Okay, alles ist erlaubt Außer die Hand Okay, alles ist erlaubt, außer die Hand Wir spielen erst mal bis elf Wenn wir merken, das geht zu lange Gehen wir ein bisschen runter Drei Matches, der Verlierer kriegt eine Bestrafung Ja, geh mal, geh mal Ich stehe nicht gleich wieder alles kaputt machen Im ersten Stream Okay, okay, okay Boah Oder was ist das denn? Voll Null, Alter Spiel doch mal vernünftig, ich bin ein normaler Auto- und Normalverbraucher, ja? Ja, komm mal Ja! Ich schwör auf alles, ich hab immer gesagt Neandertaler, hab auch mal hier in Deutschland gewohnt Ja! Zwei Eins, ne? Ja, mach mal weiter, lach dich so Drei Eins, Alter Kopfball Alter, mach doch mal auch was mit deinen Beinen, Junge, ja? Jetzt, guck mal jetzt Ja, der zählt, doch wie der zählt Da wächt' ich ne Armeiße drauf Petro Labadi, fährst du das dies? Ich will einfach nur ein Kind mit dir Na, du normales Kind! Was, was, was? Ey, ey, ey! Was, ey! Bist verrückt! Ja, der hat bei dir zuerst getickt, Brunner 4-4! Weißt du, was ich gleich machen würde? Ne! Der darf überall ticken Aber, der darf nicht auf den Boden kommen Ja, guten Morgen! Weil, wenn er hier dann tickt, dann ganze Zeit Wird das gar richtig Ah, okay, okay 4-4, trotzdem Du wirst niemals Oh, oh, oh! Oh, das hat's ja gar mal an! Ja, auf dem Boden, auf dem Boden, auf dem Boden Ja, 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 was? Weiter, weiter! Was, was, was? Du nimmst die Platte mit der Hause und spielst du? Ich hab dir gerade gesagt, wenn der Ball runter geht das... Hör es zur Hand Spuck doch nicht, ja! Wir haben doch gerade gesagt, die Regel, Junge! Brunner, ich hör wieder auf deinen ersten Sprechen Was? 5-5? Komm mal jetzt! So, schul auf alles Ja! Was? Was? Weiter! Weiter! Ja! Was ist der F***? Nein! Papa! Hey! Okay Baby komm hoch! Was? Was? Der rollt einfach der Rollen! Hä? Schweinkopf Alter! Du hast bei dir doch selber gerade gerollt! I.A. 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 Verdammt, ich bin dem auch gerade gerollt! Guck mal her! Guck mal her! Was ist das los? Was ist das los? Was ist das los? Tag uns! Die Erste! Du hast so Glück Alter, wenn du so fett bist du jeden Ball kriegst! Freunde, so langsam ich fett wieder! Ganz einfach! Guck mal, ja? Ganz einfach! Guck mal Bruder, lass mich doch nicht ausrasten! Du musst doch in der ersten Runde, ja? Was? 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 Ich sag mal echt, wie geht's deiner Mutter? Wie geht's deinem Vater und deinem Sohn? Was machst du denn noch Bruder? Das ist wassling! Acht, acht! Acht, acht, schön mal! Was hast du für ein krumm Bein? Ein Gargolibioser! Der Fruss ist krumm! Bruder, man hat mich auch damals ganz hart genannt! Was machst du denn? Mach so! Mann, Achtung! Mach nur so! Ja! Erster Stream Alter, ich komm wieder rein, ja? Bist denn ganz krumm an, ja? 10, 9! Chill mal jetzt Bruder! Okay! Hoppa! Whip! Was ist los, Alter? Ja, guck mal! Guck mal, soll ich... 10, 10! Jaaaa! Ich will doch nur... Ich will doch nur... Ich will doch nur... Wuhu! Ability! Ah! Spasti! Und ich würde sagen, wer hat gewonnen? FC Jordan! Stern des Südens! Du wirst niemals untergehen! Boah, hat doch mal eine Klappe, ja? Äh! Ah! 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 Wer liebt das? Ganz süß, wenn wir erst! Oh! Schwankoff! Alter, 5.000 Zuschauer, Junge! Wirklich! Wird meine Oma das wissen, hä? Und jetzt, weißt du was? Lass uns einfach Spaß da haben! Alle mal ein Herz in den Chat! Alle mal für meine Oma und meine Herz in den Chat! Hey, 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 hey! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Ja, dann... Geht das auch noch... Hahaha! Was denn, ja? Hahaha! Was? Schalalalalalalala! Was ist los, Alter? Ich bin... Alter, bist du so bekloppt, der Typ, Junge? Da kommt sogar Spucke von da drauf, ja? Haha! Komm mal, ey, da! Hier ist alles voller Spucke! Ja! Es geht gerne, ja! Haha! Das zählt nicht! Ja! Wenn du Ronald einmal siehst, ruf den an und sag, Jordan ist hier! 2-1! Komm mal her! Machst du Harry Potter? Ja! Aaaah! Zwei, zwei... Alter, bist du bekloppt, Junge? Warum hängt die Kabel raus, ja? Die ganze Decke fällt runter! Ja, lach nicht, lach nicht! Lach nicht! Ja, brud! Ja, brud! Ja, brud! Ja, brud! Komm her, du Kabelleinsmitarbeiter! Komm mal her! 3-2, Junge! Hey! S*** da! Ja, brud! Richtig! Haha! Ruf den Kabelleinsmitarbeiter! Das ist eine Single-Lady! Das ist eine Single-Lady! 5-2 oder 5-3? Was meinst du? Ich verstehe das nicht! Ja? 5-3 oder 5-3! 6-2! Stopp! Hör auf damit! Ich hab nichts damit zu tun! Das geht noch weiter! Ja, was? 6-3, okay! Hört ihr die Regenwürmer? Husten? Freunde, sieht gleich wohl das auf! Warum mach ich immer diese Filme, ja? Wir sind doch Freestyler! Ja! Was ist das? 8-4, ne? Komm mal her, bist du doof? Was bist du doof? Komm mal her! Was sollst du denn? Spielen die gleich die Tabelle? Ich mach das ernst! Komm mal her! Komm her! Komm her! Komm her! Scheiße! Ja! Oh, Baby! Yeah! Yeah! Ja, ja, ja! Oder was ist das für ein Zirkus, ja? Was ist das für ein Zirkus, ja? Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Dann nimm das von mich rein Hause! Oh! Meine Stress! Ich hau dir gleich an! 10-5! Guck mal her! Bruder, was machst du da, Bruder? Brauchst du... Ja! 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 Jetzt ist das kaputt, ne? Hör auf! Jetzt ist das kaputt, guck! Schau! 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 Stopp! Nein! Ah! Ich hab nicht nicht dein Block im Angebot! Die kostet auch nicht viel! Weil die ist ekel gepisst! Komm mal her! Lass das mal bitte! Komm mal her! Komm mal her! Halt deine Kappe! Du gehst da hin! Nein! Du hast kaputt gemacht, Alter! Wenn der da reinkommt, dann ist das doch ein Punkt für dich! Halt! Ja, okay! Ich schwör meine Disziplin, die ist überall, als der Bruder dreht, okay? Spuck mich doch nicht an! Du kommst nicht an! Deine Eier! Okay, sorry! Sorry! Mann! Spuck mich nicht an! Du spuckst mich doch an! Spuck Kopf, Alter, ja? Guck mal, ja, Bruder, lass mich nicht hier die ganze... Ich mach... Wir spielen halt gar nicht mehr! Ich hau die gleich aus dem Fenster, ja? Ja! Ja, guck mal, Tür ist kaputt! Du spuckst ihn! Spucken! Spuck du selber in mich nicht an! Spuck mich nicht an, John! Was ist denn so? Hör auf, John! Nein, nein, nein! Nein! Bist du so? Bruder, hör doch mal was mit deinem Spucken, Bruder! Jetzt kann das doch nicht mehr! Du hast mich doch angespuckt! Halt deine Disziplin! Sorry! Was machst du da bitte? Bruder, mich dehnen, ja? Bruder, das musst du machen! Was soll ich machen? In meinen Fuß dehnen! Was machst du da? Deine Füße stinken! Die stinken! Ich schwöre, die stinken, Mann! Mach doch bitte, ja? Die stinken! Freunde, Finale! Wer jetzt verliert hat, verloren! Ganz einfach! Guck mal! Guck mal! Gleich wunderst du dich, wenn hier irgendwas rausfliegt oder in dein Gesicht, ja? Einfach ein dummer Junge, ja? Alter! Halt deine Fresse jetzt! Ich hab dir gesagt, spuck mich nicht an! Halt deine Fresse! Schick mir die Schuhe! Du bist selber dumm und doof, Alter! Bruder, ich hole die Disziplin! Ich bleib's gleich kaputt! Wo ist der Ball? Keine Ahnung! Du hast ihn doch... Komm doch unter den Scheißfuß, Alter! Boah, ich hab grad so ne Aggression hier drin, ich werd jetzt alles geben! Dann nimm doch den Ball und schieß doch selber, Alter! Ich hab... Ich geb jetzt alles! Guck mal jetzt! I got the special powers and not the fantasy! Komm! Was machst du? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was denn? Ja, guck mal, eins holen! Hier ist doch ein Holzpisser! Okay! Was ist los, Alter? Was ist los? Was ist los, Alter? Ich hab dir gesagt, ich mach alles! Ich würd's nur Snana nehmen! Gegen mich kannst du mich anschauen, hast du verstanden? Was ist los? Hä? Hahahaha! Hahahaha! Was ist los, Alter? An Samys Oma! Alter, Alter! Hier, ich weiß nicht, kannst du mir mal ein Rezept geben für den Zitronenkuchen, damit ich den Jungen einbacken kann? Ja, spiel doch! Ich geh hier vor die ganze Zeit! Hahahaha! Ja! 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 Komm, komm! Ja! Was? Der wär aus, Bruder! Na, weiter! Was? 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 Spiel auf der Gegend und raus! Warum nimmst du mal Hand? Spiel doch an der Leiter! Der wär aus, Bruder! Ah, hier ist doch auch ein Haus! Alle! 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 Ja, bis der Ball runterfällt! Was? 3-1 war weiter, Bruder! 3-1? Ja, okay! Ich bin ein netter Mensch! Und ich nutze das jetzt aus! Guck mal jetzt! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Bruder! Bruder! Pöss doch mal aus! Soll ich dir das Ding mal gegen die Fretze hauen! Ja, ja! Bruder! Ja, ja! Hahahaha! Nein! Was? 4-2! Was? 4-2! Was? 5-2! Was? 5-2! 5-2! Der war drin! Spuckst du mich doch einmal an, ne? Ich hab dich nicht angespuckt! Hör auf, du hin! Freunde, dann spuck die ganze Zeit, ja? Du schläfst die ganze Zeit! Ja, was machst du denn, du fette Sau, ja? Ha! Hahahaha! Was ist los, Sascha? Ja? 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 Komm mal her! Komm mal her jetzt! Ich sag dir, lass doch einfach was passiert! Komm mal her! Was machst du denn? Was machst du denn? Was machst du denn? Das war alles kaputt, Junge! Hahahaha! 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 Aaaah! Bruder, ich lass dir irgendwann die Decke auf! Hahahaha! 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 Stopp! Stopp! Nein! Hör auf! Ich hab keine Kraft! Wie versteht, 9 zu 3! 3 zu 3! Hahahaha! 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 Hier kommt der Arzen, Mann! Ja! Ja! Ja, Bruder! Ich hoffe, alles passt! Hey just, ich komm gut gemacht als du spinkelst! Okay! Ich spuck fern viel! Komm doch her! Ja Bruder, was baust du denn da, ja? Come on! Was ist los? Was ist los? Soll ich zu springen? Nein! Soll ich springen? Nein! Nein! Alles sportlich! Alles sportlich! Lass das doch mal bitte! Irgendwann spuck ich Feuer! Ich komm nicht mehr lange Bruder, ich hau dir die sieben Treckchen in deiner Arsch auf! Wir sind da von TikTok, ja cool! Freunde! Natürlich bekommt der Verlierer wieder mal ne Bestrafung! John, die 130 Kilo, ja dein... Dein Opa! Wo will ich denn 130 Kilo? Erklär mir das doch mal ab Bruder, ich bin dünn wie ein Lachs Junge, ja? Ah ja! Ein Tabasco-Shot! Ja, ja, schau mal! Wir haben Shot immer so gemacht! Boah, du trinkst das Ganze! Ich schwöre, du trinkst das... Trink! Guck mal, chill doch mal! Trink! Muss ich mir immer auf die Zähne, weiß ich brauch bald Papier oder so Kaugummi, ja? Ja, sag doch mal leise für zwei Minuten! Scheiß Virus, Alter! Boah! Tabasco zum mitnehmen oder zum nachhause essen, ne? Es ist die Scheiße! Ja, jetzt ist die Scheiße weg! Ja! Ja! Ich trinke! Ich trinke! Haha! Alles! Alles! Ich schwöre, du trinkst alles! Mach deine Bestrafung vernünftig, Alter! Jedes Mal bin ich meine Bestrafung, aber ich mach die vernünftig! Was ist die Gülpink? Ach, Bruder, bist du geistig... Boah, spuck dich auf meine Fresse mit deinem Krankheitserreger! Nein! Trink runter! Das ist gesund! Trink runter! Warum machst du deine Ohren zu? Was haben deine Ohren mit deinem Mund zu tun? Haha! Oh mein Gott, hol die Feuerwehr! Hol die Feuerwehr! Hol die Feuerwehr! Ahhhhhhh! Hol die Feuerwehr! Was für das... Bruder, hol die Feuerwehr! Ich meine, das Herz trinkt die Feuerwehr! Ohhhhhhh! Ohhhhhhh! Ich waved well! Mach leicht Wasser durch, ich mach das ernst! Okay, okay, okay! Boah, du stinkst wirklich aus dem Mund, wie scheiße, Mann! Mach mal den Mund zu, wenn du atmest, hier, ja! Oh mein Gott, Española, Freunde! Wie geht's euch eigentlich? Sei mir ehrlich! Bau dir morgen ein Trikot, wo FC Jordan draufsteht! Ich brauch morgen eure ganze Energie! Wenn du Fußballtraining hast, sag ab! Wenn dein Vater Geburtstag hat, sag ab! Wenn deine Mutter ein Kind kriegt, sag ab! Aber sei morgen um 20 Uhr da! Hängt! Nein, nein, nein! Es hängt nicht! Es hängt... Bruder! Bin im Flugzeug morgen um 20 Uhr! Dann sag dem Piloten, der soll da WLAN einbauen, Bruder! Was sch... Was trafst du mich, Junge? Hau den Piloten WLAN rein! Da können alle, die folgen! Oder gefolgt haben! Die jeden Tag da sind! Also wirklich, der Erste, der morgen um 20 Uhr da ist, kriegt 10 Euro von Sammy, ich schwöre! Der Erste, der schwöre! Ich doch nicht! Lüge doch! Du musst gehen! Drei! 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 Drei!